also dürfen wir das ganze jetzt noch mal machen na komm her dieses mal werden wir aber nicht versuchen den Gegner tot zu schlagen also die da ja, aber die sind auch harmlos also im Beserker-Modus jetzt ah, lass mal GUN nein, das ist die falsche GUN geht auf, egal, neben die und belebt er die grad wieder? hat er die Gegner wiederbelebt? hat dieses Arschloch die Gegner wiederbelebt? boah, ich hasse ihn so sehr toll toll wie machen wir das? ok, ich erschieß erst mal dich geh weg ich nehm den Ding auf und erschieß dich ich erschieß dich und ich erschieß dich komm her oh, komm halt her jetzt werde ich die Plasma ich kann mir aber nicht merken wo die Knall sind ich kann's und jetzt ja, er belebt die Gegner wieder du lebst die Gegner wieder und sch- so das passiert, wenn man sie mit uns anlegt klar mach's nochmal, du kriegst eine richtig aufs Maul und was ist dahinter? was ist dahinter? was ist dahinter? wir können zwar nur einen tragen gleichzeitig aber ist zu langsam fettes Schwein du ich steh gar nicht warum das indiziert worden ist so brutal ist das doch gar nicht ja ja das schreit er förmlich nach nehm mich auf und komm du hast den Gegner ha 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 oh, er lebt noch wie nutzlos sind diese scheiß Fässer oh oh gut ist ja so schlimm wie was? was war das jetzt? wo ist der hä? wo ist der hin? wo ist der hin? wo ist dieser fette Minuthaus hin? ich denke wohl er kann sich einfach so verdrücken oh ich weiß wo er hin ist ich habe ihn gefunden la la oh komm her oh stirben sollst du wir wollen dich tot sehen okay oh gelber Schädel warum geht die Tür jetzt so schnell auf? ah, aber da ging das denn? dann kann ich schneller in den Tod laufen hey das war doch der von eben oder? war das der von eben? und wow kann ich da rüberspringen? ohne dass ich sterbe ja ich kann da rüberspringen und und hä? bringt mir halt irgendwie gar nichts weil ich nur den gelben Schädel habe und ich kriege die BFG und ich kriege die BFG nein ich würde nicht durch den giftigen Schleim laufen so blöd bin ich auch wieder nicht und was soll das? ihr Mistkerl ihr dumm bleibt gefälligst da wenn ich euch schießen kann ah da bist du oh totenkopf totenkopf sterb ja ein helft brauchen wir nicht noch nicht schade hätte gedacht das ist ein Schalter oder so so aussehen Schalter und ich will rauf rauf habe ich gesagt und wo will ich überhaupt hin? exzellente Frage wo will ich hin? äh nein hä? was ist das? Soundbug apropos Sound warum habe ich hier wieder keinen Sound? wo muss ich jetzt wieder hin? Doom ich verlaufe mich in Doom ja Höh geht ah geht weg ah ihr scheisse Mistfiecher verlaufen in Doom aber das ist doch die Hölle oh mir fällt gerade auf wie am Stadthintergrund hintergrund der brennt und es wirkt voll realistisch sind ja noch nicht alle tot komm ich sollte die größere kaliber auspacken und was habe ich davon dass ich wieder am anfang bin was bringt mir das was wenn ich da durchgekomme ich wieder und ich brauche mal nicht roten schlüssel roten tonkopf ist da unten bleibt doch das aufgaben weil ich vielleicht irgendwas nicht mitbekommen ganz toll vielleicht dahinter nein nein klasse ich stelle fest wir sterben im blut toll gut dass ich weiß bevor ich da rein springen okay ich habe jetzt keine ahnung wo ich lang muss ich würde es aber gern wissen ich würde sagen ich schneide hier mal und schaue wo es weitergeht und sobald ich es weiß mache ich weiter also bis dahin dauert hoffentlich nicht lang